Hallo zusammen und herzlich willkommen zu CIF 6 Gathering Storm Die neueste Erweiterung vom CIF Nachdem ich ja Rise and Fall inneren Reinfall gefunden habe gebe ich jetzt in diesem Sturm eine neue Chance und erstelle ein neues Spiel und zwar spiele ich ich habe mir das schon ausgesucht es gibt ja ganz viele neue Leute da drin aber ich will mit Wilfried spielen und zwar spielen wir auf König und machen eins auf Schnellkontinent wir machen hier auch noch Standard und schauen noch schnell das erweiterte Setup an bevor wir auf alles andere eingehen weil wir wollen den Diplomatie-Sieg erringen mit Wilfried das wäre doch mal etwas und dann hat es hier noch andere Optionen aber die lassen wir sein wir starten das Spiel und für alle die die noch nie ein Zipflettsplay von mir gesehen haben eine kleine Vorwarnung von den ersten Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit wir lassen aber ihn noch schnell reden der Tisch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen jawohl nun beginnt eure grösste Aufgabe von der Wiege der Menschheit zu den Sternen und wir werden die Sternen erreichen genau und haben den kanadischen Charakter durch euer Vorbild an Frohsinn und Höflichkeit gekriegt jawohl so wie ich bin und andere bestrebt sind Zwietracht und Misstrauen zu säen tretet ihr für ein verständnisvolles Miteinander ein der Wilfried ist eigentlich ich der Westen will dass ein geeintes Volk die Zeiten für immer überdauern kann genau also der Wilfried ist eigentlich genau so wie ich darum habe ich ihn auch ausgewählt aber eigentlich nicht nur wegen dem sondern vor allem weil ich diese Sporthalle dann haben will und der Mountie will sehen das ist aber dann eher im Mid-Game vielleicht sogar End-Game der Fall das wird also nicht so schnell der Fall sein am Anfang werden wir einfach normal weiterspielen der einzige Unterschied ist warum ich sie auch noch Kanada genommen habe ich hatte noch nie eine Zivilisation wo ich auf Tundra-Feldern aus gewesen bin aber da mit den Kanadiern kann ich auf den Tundra-Feldern Bauernhöfe bauen und das will ich einfach mal machen und zudem ist alles Schnee-Schnee-Hügel und Tundra-Tundra-Felder-Gelände-Hügel und so weiter und so fort die sind mir auch viel viel günstiger zum Kaufen wenn ich meine Stadt erweitern möchte und dann habe ich noch plus 100% Extraktions-Rate was immer das auch heißen mag ich gehe davon aus dass ich einfach mehr Ressourcen bekomme falls die Ressourcen im Schnee liegt so ok was auch noch lustig ist ich kann den Stadtstaaten keinen Krieg erklären und mehr kann man keinen Überraschungskrieg erklären ich finde das sehr gut weil darum kann ich mich auf den Frieden konzentrieren und auf die Diplomatisierung und wenn ich sogar 100 Tourismus mache pro Runde komme ich noch eine diplomatische Gunst über also ich komme noch 100% mehr diplomatische Gunst über wenn ich so einen Notfall abschliessen den es ja jetzt hier gibt im Gathering Storm und es gibt noch mehr Neuheiten wie Vulkanausbrüche und so weiter und so fort aber auf das will ich jetzt gar nicht eingehen ich sehe einfach gerade da ich habe keine Tundra ich habe keine Tundra darum starten wir das Ganze jetzt noch einmal neu ich will Tundra haben einfach weil ich das einmal gespielt habe ich will die Eishalle bauen die Eishalle vielleicht sonst noch schnell was gibt es noch für Neuerungen eben der ganze Weltkongress wird wieder eingeführt und man kann Sachen bestimmen ich bin noch gespannt wie das wirklich dann rauskommt was ist noch neu? Es gibt Namen Flüsse werden benennt, Gebirgskettinnen werden benennt das finde ich mega cool das ist ein Grund mehr für mich das Spiel wieder einmal zu spielen dann gibt es verschiedene Energieformen die ganze Klimaerwärmung ist ein Thema und ähm Siedeln natürlich fangen wir mal endlich an nein ich bin schon wieder mitten im Zeug draussen ich sehe es das ist nichts aber da hätten wir zum Beispiel schon so eine Energiequelle ähm wir sind in der Arktis was? Haben wir die Arktis entdeckt? sag jetzt nicht so etwas der Arktis ich habe gemeint in der Arktis sei es Schnee ich sehe da nienen Schnee aber jetzt wirklich nienen Tee haben wir Tee haben wir Schöfli haben wir Kupfer haben wir Trüffel haben wir Stein haben wir Kupfer haben wir zweimal auch das sieht aber eigentlich äh ja gut wir haben hier ein wenig Wüste das sieht aber eigentlich nach einem guten Platz aus hier wow schau da hat es gerade nochmal so ein Teil ich glaube ich siedle da und gehe dann dem Fluss entlang hoch und oder runter je nach dem da hat es Elfenbein wahrscheinlich gehe ich in diesem Fall eher Richtung Süden wir fangen da an äh was wir haben schon einen neuen Kontinent entdeckt Arktis und Asi-Amerika aaaah das heisst wir sind in dem Fall im Süden das heisst da unten wird sicher irgendjemand der Tundra haben ja wir lassen das ich finde das eigentlich noch ein recht guter Platz die Frage ist einfach wo bauen wir die Stadt du würdest sie da bauen echt jetzt oder da aber da bin ich nicht an einem Fluss an wie sieht es denn da aus mit ähm mit ähm mit ähm mit der Überschwemmung und so ah da ist aber nichts da haben wir kein Schwemmland da gibt es also keine Überschwemmung das gäbe halt einfach noch geile Produktion ähm 3 1 2 3 das würde Länge 1 2 3 das würde Länge ich glaube ich baue die Stadt da ja ich habe zwar keine Tundra aber ich habe dann ah das gäbe 2 äh ja da gäbe aber 2 Nahrung oh das gibt ja auch Wissenschaft äh da ist gar nicht so schlecht ich glaube ich bleibe ich bleibe ich bleibe da wo ich bin und während ich mir das jetzt da noch überlegen wenn ich wirklich da wo ich bleibe kannst du dir ja mal überlegen was ist eigentlich die Hauptstadt von Kanada da haben wir eine Wüste also ich bin im Fall nicht sicher gewesen was die Hauptstadt von Kanada ist ich habe zuerst gemeint das sei Vancouver vielleicht sogar Calgary das ist jetzt aber beides nicht die nächste Stadt wo wir in Sinn kamen ist Montreal Montreal ist aber auch nicht die Hauptstadt auch nicht Toronto nein es gibt nur eine wir bauen sie da und zwar Ottawa ha 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 Ottawa ist eine wunderschöne Stadt auf dem Kontinent Asi-Amerika sehr schön äh haben wir schon 2 nein wir haben schon 4 Punkte wow gut äh warte schnell das müssen wir ja ehren schnell ändern weil wir heissen sicher nicht Ottawa wer meine Let's Plays kennt der weiss dass meine Heimatstadt da muss vorkommen aber weil wir sie jetzt gerade von Montreal hatten würde ich das irgendwie noch schnell einbauen Mont warte schnell wir können da so dann nehmen wir Bad äh oder warte Calgary äh warte wir nehmen Bad Gary Mont Bad Gary das klingt nach einer super schönen Stadt hat etwas Französisches hat etwas Englisches ist meine Heimat so gut was tun wir äh wir nehmen den Bergbau dass wir da so was brauche ich eigentlich da dass ich das kann abbauen da benötigt ah das kommt dann wahrscheinlich eh viel viel später was brauche ich für den Trüffel Tierzucht äh der Trüffel kann aber später kommen jaja das ist ok jetzt tun wir noch einen Späher bauen weil mein Ziel ist so viele Stadtstaten wie möglich zu entdecken als erstes damit ich wir gehen mit dir in Orden äh damit ich Gesandte überkomme wenn ich nämlich der Erste bin wo ein Stadtstaat entdeckt habe ich automatisch gerade ein Gesandte und mehr Gesandte in einer Stadt in einer Stadt wird ja Suzerän von dieser Stadt oder von dem Stadtstaat was bedeutet ich komme meinem Diplomatie nachher sehr gut wir haben einen Späher aber so wie ich das sehe werde ich noch einen Zweiten brauchen oh what the hell is going on here ähm du kommst sicher von hier komm wir greifen über den Fluss an da das wird überschwemmt sieht man das jetzt wenn ich den Siedler mache ja da haben wir Schwemmland also da gibt es dann Überschwemmungen früher oder später ich glaube ich baue mir noch mal einen Späher weil mit dir gehen wir mal hier im Fluss entlang da dann nachher rüber ui da ist es aber recht gebirgseiferig das ist eigentlich nicht so clever wer braucht einen Befehl du wir lassen dich einfach mal links liegen weil wir wollen hier jetzt dem Fluss entlang gehen wer bringt mir sehr schön danke für den Bergbau du kannst hier noch weiter dem Fluss entlang ach schau hier unten ist die Tundra da geht es also wirklich nicht mehr viel weiter jetzt nehmen wir Tierzucht wo haben wir sie hier zack gut äh will ich die angreifen ja eigentlich nicht wir gehen hier mal schnell schauen was es hier noch weiter hat ja da ist wirklich Südamerika so wie es aussieht wer braucht schon wieder einen Befehl du ähm ich gehe ja ich muss eigentlich mit dir in Ordnung wenn ich ehrlich bin weil da im Süden unten sieht es so aus als gäbe es nicht mehr viel mal ein Dorf gut das holen wir uns äh schau jetzt hat mich da das hier entdeckt jetzt muss ich da mit meinem Späher gleich äh mit meinem Typ da gleich wieder retour kommen wo durch gehst du am schnellsten da durch ja ja komm das ist okay das machen wir äh wenn das so ist baue ich jetzt grad noch schnell schleudersitz ja ich weiss äh heisst nicht schleudersitz aber ich sage ihm gerne so wir gehen mit dir auch in Norden auf dem Fall weil von unten kommt der Feind aber solange er da irgendwie nur so rumgekurvt ist das gut äh wir gehen da in den Gottkönig und nehmen das bis der andere kommt also der Barbare das ist völlig okay dann machen wir da den Aussenhandel weil da haben wir schon einen kleinen Boost da drauf und ziehen unsere Leute weiter Richtung Norden also Nordwesten natürlich äh da nehme ich das Dorf mit und komme rüber und komme rüber was ein Mythos ja du hättest mir lieber etwas anderes geben äh Stadtstaat zum Beispiel auch ich wollte da noch schnell schauen was ich alles bekommen habe habe es aber irgendwie wieder verpasst du kommst eine Beförderung rüber das ist sicher schön und gut ich möchte aber da mal weisst was ich mache das dass du kannst über den Hügel laufen das ist okay äh dann kommst du hier hin weil du bist sehr nahe was habe ich entdeckt hier nochmal ein Dorf sehr gut und geh du da weiter das ist okay wo sind die Stadtstaaten ey ich brauche mehr Stadtstaaten danke für die Tierzucht die nehmen wir nehmen wir und jetzt schauen wir schnell was wir als nächstes brauchen ich wäre eigentlich für diese verarbeitung habe ich schon 3 Barbaren besiegt das habe ich gar noch nicht gecheckt ich bin doch einfach mal 3 Barbaren begegnet hmm ja aber wir gehen Richtung Bronzenverarbeitung das ist im Fall okay ah wahrscheinlich ist das der Boost von vorher den ich bekommen habe mit dir gehen wir hier raus die Barbaren kommen wenn sie kommen von unten und dann brauchen wir einen Handwerker zuerst bevor ich den Siedler mache im Fall äh dann kannst du ja mal hier rüber kommen ja und jetzt würde ich dich gerne angreifen oder gerade das noch einnehmen aber irgendwie gerade beides nicht wir schauen was es da noch hat wo sind die Stadtstaaten ich habe eigentlich gehofft ich sehe ich noch eine oder zwei äh vielleicht müsste ich mit dem gleich dort durch äh da geh schon mal auf den Hügel jetzt sind wir jemandem begegnet den Ägypter hoi Cleopatra es ist eine Ehre dich kennenzulernen um vor allem deinen Punkt überzukommen aber das heisst du wirst von hierher kommen ich muss in den Norden rufen wo bist du? du bist da oben aha so so ok dann bist du doch nicht ganz da wo ich gemeint habe wir suchen da mal noch schnell nach einem frühen Reich äh dann gehen wir ich glaube ein Barbarenlager killen äh habe ich noch mal etwas entdeckt ja sehr gut komm bleib du lieber hier hier momentan ist es mir noch zu heiss du kannst hier schnell bleiben echt äh wir gehen in diesem Fall hier rüber und mit der würde ich dann aber gerne in den Norden rufen ziehen so wieder in diese Richtung so dann haben wir hier natürlich nochmal ein Barbarenlager äh Dorfbewohner haben die so etwas gegeben ja nächste Runde vielleicht sollte ich noch schnell sagen oder erwähnen dass ich das ziemlich zeitnah probiere jetzt aufzuladen es wird mir wahrscheinlich aber nicht immer gelingen ich mache es einfach so wie es geht oder wie es mir geht sagen wir es mal so habe ich noch einen ja ich habe doch hier noch einen genau du kannst mal noch weiter dann kannst du ja das gerade noch einnehmen wunderprächtig dann haben wir wenigstens hier noch eine Bevölkerung bekommen dann müsste ich jetzt aber sicher mal auf einen Siddler wechseln äh aber das ist eigentlich alles gut alles ok so ich muss gar nichts kaufen das hier könnte ich dann noch eins zwei drei komme ich nämlich hin aber ich brauche es momentan im Fall nicht wir sammeln fleissig weiter an diesen Punkten und gehen hier noch schnell das hier holen äh du verschanzest ich glaube mal das ist ok weil ich rechne damit dass dann irgendwann noch ein Barbar zu mir kommt gehen wir da unten oder oben durch ich glaube ich gehe mal da unten durchschauen in der Tundra sind wir ja zuhause ich glaube zwar einfach nicht dass es in der Tundra Stadtstädte gibt aber da hat es einen den müssen wir uns gerade noch holen hat es jetzt jemand weggeschnappt habe ich überhaupt schon irgendeine Stadtstadt entdeckt nein krass noch keine einzige Stadtstädte entdeckt du bleibst da äh du gehst weiter geh mal noch so rauf wir gehen danach in der nächsten Runde noch rüber ja ja das ist ok äh du hast wollen das dort holen genau das machen wir auch da ist der Ohio nein schau jetzt kommt da noch der Ami zum Glück gehst du nicht da rein he 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 hoi Teddy schön dich kennenzulernen wie gehts dir du bist ja da gerade zuhause wow hätte ich jetzt nicht gedacht jetzt machen wir einen Siedler bevor wir dann das Monument machen alles holen wir uns hier noch schnell segeln sind wir auch ein bisschen näher gekommen gut dann nehmen wir ja den Kupfer mit genau der gibt nämlich etwas mehr Produktion das war einmal für Amerika das kann weg und einmal für das Stammesdorf ja ja ok aber wir haben noch keine Stadtstaaten entdeckt das ist wahnsinnig schlecht habe ich denn die Stadtstaaten nicht eingestellt oder was einen Handwerker habe ich bekommen nice vielen Dank den nehme ich natürlich gerne sehr gerne jawohl da machen wir gerade zu du hast noch eine zweite Beförderung bekommen wow kannst du das hier noch schnell machen und wir gehen in die nächste Runde ah Delegation stimmt haben wir auch vergessen haben wir auch noch machen wir schicken dir noch eine Delegation ja ja ich werde mich an eure gute erinnern sehr gut und dad nimmst du auch eine von mir an willkommen sehr gut sehr schön gut 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 jetzt muss ich hier wieder rettour ich muss noch mehr Stadtstaaten entdecken oh nein halt nicht das wollen wir machen ja ja beim Rat sind wir jetzt 1 plus und das machen wir auch dann haben wir hier Stutz was wir zwar nicht brauchen ich möchte gerne Stadtstaaten hallo wo sind ihr denn ihr Stadtstaatener gibt es euch überhaupt äh wir laufen mal da im Fluss entlang äh nicht clever gewesen aber wir gehen gleich mal weiter und gehen in die nächste Runde schauen ob da etwas passiert ein kleines Geschenk dankeschön äh du kommst so dann kann ich da nachher rüber äh du greifst mich ja an aber ich wehre mich gut ich wehre mich gut wenn wir die Politik ändern nein ist alles noch gut ich könnte die Produktion steigern aber brauche ich gerade auch nicht gehen wir richtig früh ins Reich ähm ja wir gehen richtig früh ins Reich das nehmen wir dann nachher so ok ja ich muss da rüber irgendwie da kann man schnell gestohlen bleiben äh kann ich da nein bewässerung habe ich noch nicht weil ich richtig Bronzenverarbeitung gehe also dann machst du mir da meine das ist ok ah warte da wäre meine zwar viel cleverer ja egal du hast das gemacht dann machst du mir das noch yes 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 und dann haben wir dort schon wieder ein paar barrenlager wo sind die Stadtstaaten es ist nicht der Berg den wir bezwingen wir bezwingen uns selbst ja hoi Mount Everest das sieht mir gut aus ich muss sagen das EF 6 sieht einfach gut aus ich weiss nicht ob ich das schon gesagt habe drei Zeitalterpunkte hat mir das gegeben nur weil ich die höchste berge der Welt entdeckt habe wow äh du gehst über ja 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 das Pantanal ist die komplexeste intertropische alluviale Ebene des Planeten und vielleicht das am wenigsten bekannte Gebiet der Welt aha ok ähm man lernt sogar neue Wörter in diesem Spiel intertropisch das kann ich mir noch einigermassen etwas vorstellen aber alluviale Ebene hm das ist ein alluviale Ebene so wie es aussieht haben wir dich jetzt schon befördert können wir nicht schade schade äh ja der Mount Everest und das haben wir entdeckt nein nein du du bleibst bitte da mach mir keine Zeich wir gehen in die nächste Runde weil dann haust du nämlich ab Bronzenverarbeitung haben wir auch du könntest ja jetzt auch mal noch eins weiter ziehen und ähm warum könntest du nicht auch noch einen Ranger aus dir machen finde ich eigentlich noch gut jetzt bräuchten wir äh Bewässerung ja haben wir aber nicht oder bringt gerade momentan nichts also machen wir den Keramik und äh dann brauchst du noch einen Befehl du kommst eh nicht zu mir rein aber eigentlich wäre es cleverer da einen Minen zu bauen gut zwei zwei aber das ist eben am Fluss das gibt meistens ein wenig mehr gut du hast noch zwei du kannst da und da noch Minen bauen ah wobei warte schnell eins ist eins wo sie offen lassen für Bewässerung okay äh mach du doch zuerst dann das da hinten und äh und dann äh ja weil das wird ja eh gerade nicht bewirtschaftet gut das wird auch nicht bewirtschaftet ähm ja also das bleibt fix warte das bleibt fix das bleibt fix das bleibt fix äh das bleibt auch fix das bleibt auch fix ich mache es gleich da ich will es am Fluss anhaben also kommst du da rüber vor allem wenn jetzt da noch der Speer kommt ist eh ok wir können ja den mal raussetzen vielleicht bringt es ja etwas ja wir gehen da weiter in Osten und wer kommt da noch ein Befehl über du äh wir gehen da noch richtig Scheibe nicht gut aber wir sind Kabul begegnet als erstes yes wonderful Kabul haben wir äh Handelsübersicht Weltrangliste Stadtstaaten was bist du ein Militar Militärischer ja super ok du gibst mir wenigstens etwas für die Einheiten ähm ähm das ist auch gut äh kann ich mit dir genug schnell abhauen ich hoffe es ich hoffe es du musst es einfach jetzt überleben minus 46 gehst du gerade da rüber so und dann bleibst du da das ist gut das haben wir jetzt gemacht ähm wir könnten tatsächlich da rasch wie viel hast du noch? 2 ja komm mach das das ist ok wobei für den nächsten Siedler wo machen wir den überhaupt? da haben wir Wüste da haben wir Tundra da sind die Amis da haben wir Pelz ja das schauen wir dann das schauen wir dann ähm ich muss schnell schauen mit dir habe ich dort hin wobei du kannst auch einfach hier stehen bleiben eigentlich so das ist gut wir tun noch schnell mit ihm da rüber fräsen da kannst du dort nämlich nachher rüber gehen und da möchte ich auch noch schnell schauen was es hat ein Wüste Colorado Plateau all right also wir haben noch 2 Handmeister äh Handwerker wo ich noch etwas mit ihnen machen kann nein mit dir kann ich nichts mehr machen du gehst hier rüber äh mit dir überlege ich mir noch wot ich die 2 aufsparen und ich suche mir einen neuen Ort für meine Siedlung und bis dann würde ich doch sagen äh merci dass du da dabei war ich hoffe du bist es dann das nächste Mal auch wieder in dem Sinn cheers